Ja, zu deiner Frage, ob sich das Bild beim Drehen der Kamera mitdreht, leider nein. Ein zweites Phänomen ist das Bildformat. Wie man hier sieht, ist das Seitenverhältnis 0,7500, ganz eigenartig, und die Bildgröße 1280 x 720. Das kann man natürlich hier ändern. So, in dem Moment, wo ich das ändere, habe ich dann 16 zu 9 Format, aber mehr schon nicht. So, jetzt machen wir mal die Kamera in der normalen Position. Jetzt machen wir dann die Drehung. Und siehe hier da, das Bild bleibt am Kopf stehen. Und nun noch ein weiteres Beispiel. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, das Bild zu drehen im Layouter. Und du hast wieder das normale Bild. Das wäre eine Möglichkeit. Normale Position. Wie? Wie ist das? Sie nehmen die��. Vielen Dank.